Sicher, nehmen Sie Platz. Dem Publikum. Am liebsten finanzielle. Hier wird Catcher Miele mit einem 100-Mark-Schein angefeuert. Die weiblichen Fans sind eben großzügig. Da muss der Gatte schon mal wegschauen. Ich sehe, Sie sind in Begleitung. Ist Ihr Mann dann nicht ein bisschen eifersüchtig? Nein, überhaupt nicht. So gut kann ich ja nie sein wie die. Daher kann ich nicht eifersüchtig sein. Für alle toleranten Männer. Und weil es so wahnsinnig schön war, hier nochmal zwei richtige Kerle. Meine Damen, bis 19... Sicher, nehmen Sie Platz. Sie sind drin. Zehn Minuten. Wie viel Old Hermann? Sie sind drin. Ja! 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 Können wir ein Bild zusammen machen? Mit ihm und mit mir? Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich weiß nicht, ob er es möglich ist. Bermuda. Danke. Ask... Ask... Ja. Ask ihm. Ja. Ja. Ja, was? Das ist natürlich. Danke. So, auf der kleinen Seite. Danke. Okay. Danke. Jetzt höre ich sie. Danke schön. Wohnt das. Great. Men? For this wrestling night? Ja, ich bin der damn Battle Royale, die trainern auf die Träke. Und Barry Horwitz, du kommst deinem butt, heute Nacht, bräuch. Schumann wird es auf dich. Danke, Daniel. Er will never defeat me, ever again. Er kann nicht die Hälfte von den Hälften auf den Hälften auf den Hälften hier, diese 6-Jähr-Olds. So wie ist er, dass er ein realer Mann ist? Ich glaube, du bist ein realer Mann. Warum solltest du ihn? Das ist richtig. Ich bin sehr confident. Some people even callen mich überconfident, aber die Leute, die mich überconfident, sind irgendwo in der Back Alley, weil ich ihn rauskriege, weil ich ihn rauskriege. Warum sind wir hier? Der Train ist hier. Ich liebe die Brats, ich liebe die Leute. Leute wie Barry Horwitz geben mir einen falschen Namen. Real falschen Namen. Sie sind cocky, arrogant, nicht nur über alles. Der Train ist hier. Danke sehr. Du siehst, die Training Session von diesem Soccer Match. Ich bin hier wieder. Dann laufen die Arten auf. Ich bin hier wieder. Du siehst, haben wir uns ja auch auf dem Ort geführt. Ich bin hier wieder. Wir sind hier wieder. Ich bin hier. Ja. 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 Hey Mark, you used to play this game, didn't you? Me too, I played for 20 years. Pass it, Al, pass it. That is the pass. Keep up. Keep up. Thank you. You play. See the camera. Check it out. Hey. Hey. I love that tag. Hey. Thank you. Danke, Herr Kollege. Ausgleich zu 2 zu 2, 2 Schütze Christoph Stöller. Ausgleich zu 1, 2 Schütze Christoph Stöller. Wend, 24? July. Oh, July. Okay, good. Um, in the evening you get the photos. No, thank you. Yeah? Yes. Yeah! Hey! Hey, now we have to stop the rules. We have to stop the rules. I'll do whatever you want. No, I'm asking. I'm asking. Is it with a pulse, or...? Ja, du hast es gut, oder? So, es ist ein regularer Balls-Benchpress? Balls-Benchpress. Balls-Benchpress. Just over 4.05. 4.10. What a fucking dream. Freeman, I'll be doing it long before you do. Pound for pound, I'm strong. Oh, pound for pound? Hey, I'm talking about maximum bench. What are you talking about? Who cares about the bench? Yeah, who cares? Deadlift. How much can you squat? Well, what can you squat and deadlift? Oh, I can squat a lot. Oh, okay. All right. Well, that's fucking good for you, man. You questioned my bench. I said I could do it. When's the contest going to happen? No, I can't right now. I could. I could fucking three years ago. I said my max, my best max. Last week, you said you could bench past 5.35. No, I never fucking said I could bench five. I said my best was 5.35. So, when's the contest? You get 4.55 to be a miracle. Yeah, okay. To be a miracle. When's the contest? We want to show up. Okay. Because I want to see the slopping if he wins, and I want to see it if he doesn't. I got a bet now. Is that the date? Is that the date? Is that the date? Monday. What's going on, bro? What's going on? What's going on, bro? What's going on, man? Wrong game, man. It's only when I can play. Wrong game. Jesus! Lost that netball? Yeah. Ich hab ihn nicht abgeholt. Hast du den Messer-Kliner? Ja, ich bin der für Messer-Kliner. Wachst du den Messer-Kliner? Ja... Ich bin der Mann, der sagte es, was ich... Oh, fuck you! Ich bin der Mann, was ich das Junge? Hey, he'll be gone, man. He won't get to see you suck my dick. Ja, ich bin der Mann, was ich da? Oh, den Bett war's da. Was der? Was der? Oh, du? Hey, Monday afternoon, we're all free tomorrow. Now the bet's off, huh? Hey, we're all free tomorrow. No, hey, hey, I'll fucking, hey, yeah, I'll pause it, whatever you fucking want. It ain't fucking doggone it's fucking worse, they can get over 405. I can't. I can't. I can't. I struggled with it last time, the other day. I can't. Here, here, here. I know Terry's events can do 405 on Ampline for refs. I'm in the Barbarian. Refs, reps. I'm not talking, no, I'm not talking six or eight. I'm talking 12. See? These guys are just completely out of, out of your league. Keep cutting your promo, the guy's taking it. I don't care. You liar. So, is it tomorrow afternoon we're having this contest? Whatever. Hey, fucking come over to the Twins. Take a taxi to the Twins. You're going to fucking, you want to do it? Hey, you can tell a guy from Minnesota, but you can't tell him much. You get to the fucking gym. What the fuck do I want to do? Ha, fucking funny! We'll take the train. Take the train, Mike. Train number five. We're going to the train. I'm going to rub them down tonight and everything and get them all loosened up. We're ready. I'm going to see them something like this. I'm, oh, but catch them in my arm, man. I'm going to, like, just put them in my arm. So, Oompa, you hadn't made a smart man. What happens if he doesn't get it? You should put it, like, on the net. What happens if he doesn't get it? Wenn ich es nicht verstehe, werde ich... Ich werde ihn mit ihm auf den Assen. Wow! Ich bin hier schon lange. Geh das Kamera aus hier. und sehen die match. Forget die Fußball-Veim. Hallo! Hallo! Nein, ich habe mit der Unterstauber. Hanf грacht. Jane, du kannst es sein. Halt es. Es ist so schlimm. Du kannst ihnen in die Pfäcke gehen. Halt es. Halt es. Dann setzen Sie weiter. Sie sind ein bisschen mehr auf der nächsten Mal. Aufhören. Ganz jetzt ist begrüßen wir die Türen in der Welt. Willkommen bei Haftanz der Kirche. Ja, das ist ein bisschen mehr. Ja, das ist ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr. Können Sie eine Statement, bitte? Ja, ich weiß, dass die WrestlerInnen gewinnen. Es ist sicher, dass die WrestlerInnen gewinnen. Du denkst, dass die WrestlerInnen gewinnen? Du denkst wirklich so? Ja, sicher. Willkommen Sie. Danke an das Publikum. Thank you. Statement Home für heute? Genausichtig. Für Privat? Privat keine Statements. Die WM, GreenerWM, das sieht man unten. Das interessiert mich nicht. Danke. Statement Home? Ja, ich habe heute keinen WM-Kampf. Für mich ist der Mann zum Schuhmann der weiße Kästchen-Klee, wenn er jetzt schon bestellt oder sagt, dass er irgendetwas ist. Wir wünschen WM, GreenerWM. Wir wünschen WM, GreenerWM. Wir wünschen WM, GreenerWM. Liebe Zuschauer, besuchen Sie diesen Abend heute. Danke. Wir wünschen WM, GreenerWM. Eine Kanonenkugel wird er hier den Ball schießen. Cannonball Grassley. Ein berühmter Name im Wrestling-Business, meine Damen und Herren. Und er hat schon bei Manchester United im Tor gestanden. Willkommen, Tony St. Clair. Und der offizielle Manager, der US-Wrestler, der staatenlose Kaurau. Weiter bei der CBA-Mannschaft, der Sohn von Big Otto, Michi Wanz. Ein CBA-Newcomer. Ein erfolgreicher. Hier ist der Ulf Herrmann. Ja, meine Damen und Herren, und wie bereits angekündigt, er wird heute Abend seinen Titel verteidigen. όσ Seit également 4000 cm auf, auf den sich passen während der CBA-Mann разб Florida starbage. Ich weiß, es war doch nicht, auch da war das lange was alles mitmachen, Nein, wir Nosalımingensen für displaschen Einrichtungen. Es ist hier noch alles jemandiciones. Oder muss man mit dem einigen Musik 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 ... zum Einsatz... Einwurf von Monsieur Dekirk Up aus Paris! Eine herrliche Kerze.... Eigentlich spielt er American Football heute zum ersten mal fury Als Zocker Spieler. Ja, ich wiederhole noch einmal, dieses Traditionsspiel hat, haben die Gemeinderäte noch dabei jetzt geklaut, ein Tor für die Gemeinderäte. 1 zu 0 steht es bereits, wie leicht wird es wahr, dass Sie heuer endlich einmal als Sieger vom Platz gehen. Ja, der Burschützer zum 1 zu 0 war Heinzi Kurzmann. Bravo Heinzi, gleich geht's ja nochmal. Ja, Gussl, Gussl, du verstehst nicht nur was vom Arm drückt, oh und schon wieder Gaston, eine hohe Niederlage. Big Otto, und jetzt der statenlose Karow, er schimpft mit Big Otto, wie kann Big Otto wie eine Statue dastehen, eine Auswechslung. Ja, und jetzt die gelbe Karte vom Toni für Big Otto, ja, er schämt sich schon. Ja, Entschuldigung, sagt er zum statenlosen Karow, und Toni, Toni wird jetzt das Tor hüten. Und der Torschützer zum 2 zu 0 war Gemeinderat Peter Löhrmann. Aber Finley, Finley ist der Beste unter den Ringern hier, der mit dem Fußball umgehen kann. Ein bisschen Sprach. Lord Casey, der sonst gerne den Golfschläger benutzt. Golf ist sein Hobby, ein herrlicher Einwurf. Ja, Monsieur, haben Sie die Kontaktlinsen mit? Ja, das sieht er schon wieder nach einem neuen Tor. Nein, ja, Toni, Toni hat gerettet, Toni Sinclair. Wie bereits erwähnt, er war schon einmal bei United Manchester, Manchester United mit dabei. Lord Casey aus London, versuchte abzugeben zu Finley. Der Japaner Hiro Yamamoto, weiter im Einsatz. Rage the Punisher. Na, was soll? Und Finley, zu wem? Abseits gibt's hier nicht. Nein, abseits gibt's nicht. Kostel, du steirische Eiche. Monsieur, avec plaisir. Avec Propeller. Und das sieht schon wieder nach einem Tor aus. Hier, die linke Seite, ungedeckt. Ulf Herrmann. Ja, lang genug bist du. Ja, die linke Seite, vollkommen ungedeckt. Toni, ja, Toni, der rettende Engel. Schön weitgegeben zu Mr. Finley. Rage, how about you? Too far. Immer noch 2 zu 0 für die Herren Gemeinderäte. Super, ich glaube, sie haben zwei Profis eingekauft, euer. Ja. 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 Ja, da, da ist der Gustl Sieger, aber wo bleibt das erste Tor? Wo bleibt das erste Tor für die Wrestler, für die Catcher? Und die linke Seite hier wieder vollkommen offen und ungedeckt. Finley. Finley. Gustl, du bist länger, ja. Und jetzt, Hubert, Einsatz, weiterführen. Den Ball am Fuß führen, Hubert. Die japanische Kamikaze-Kampfmaschine. Aber Lord Casey hat gerettet. Diddy, Monsieur, s'il vous plaît. Ja, Lord Casey aus London. Er sucht einen Partner, einen Anspielpartner. Wen? Finley, laufen Sie sich frei. Gefahr, Gefahr. Monsieur, armer Toni, klasse. Ein Sonderbeifall. Es braucht schon wieder nach einem Tor, aber Toni hat gehalten. Super. Ja, nicht ausspielen lassen. Ulf Hermann, was ist los? Und wieder. Toll im Einsatz. Rage. Ja. The Punisher weiter zu. Lord Casey, on to Finley. Ja. Mathian. Mathian. Great. Ja. On, go. Go. Go yourself. Super. Super. Da gibt's Beifall auf offener Szene. Super. Great. Aber Dichter nehmen es auch vorbei. Und der Börschied tritt zum 13. Ein Erdtor. Oh, aber er wird gedeckt. Finley flink wie ein Wiesel, hart wie grob Stahl. Und ein Ring. Linke Seite hier ungedeckt. 170 Kilo Kampfkraft. Kampfkraft im Einsatz. Cannonball Grizzly hat den Kampf aufgenommen. Angriff, Angriff. Wo gibt's denn noch gar nicht? Rado. Ich krieg gar keine Luft da raus. Ja. Aufpassen, da wird Österreich aber jetzt für die Steiermark. Nein, schon wieder gestoppt. Fury, the Terminator, der Zerstörer. Zerstör doch mal hier alles. Das wäre immer schon, gerne. Nein. Es muss doch ein Tor gelingen. Okay. Michi, jetzt die Chance. Guste, das Erdtor. Und so wieder. Fishing for compliments. Er will Applaus. Er sehnt sich danach. Ist das erfreit? Was, Guste? Bussi, Bussi, ja. Oh, wieder. Wieder so ein schöner Schuss. Knapp über die Torlatte. Oh, die 13, die 13. Gut, Grizzly, ja. Grizzly Bear im Einsatz. Was? Ja. Cannonball Grizzly. Ich muss ja immer noch mal schauen. So übergegeben zu Rage und er hat die dritte Chance. Die dritte Chance endlich. Nein, das war schwach. Ja. Tja, immer noch 4 zu 1 für die Gemeinderäte von Pachern. Das Ehrentor für die Wrestler, für die Ketscher hat geschossen. Der steirische Naturbursche Gustl. Nein, geschossen. Ja, da freuen sich wieder zwei Steirer-Buhren. Ja, da und gleich zu den Massen noch mal extra Beifall für Michi Wans und Gustl Schmiesel. Der schadenlose Kaurow, er will die Gemeinderäte Siegen sehen. Er sagt, diese beiden können er auswechseln, auswechseln. Gadoran, biete dich an, du Gustl. Michi, Lord. Ja, jetzt kommt eine herrliche Eingabe. Noch gerettet. Passt, Korner. Gustl, zur Mitte. Du bist der Längste. Und klappt. Ja, nein, mit links geht nicht. Gehalten. Nicht gehalten. Super. Eine Aufholjagd. 4 zu 3. 4 zu 3. Und der schadenlose Kaurow, der ärgert sich. 4 zu 3 für die Wrestler. Äh, pardon, für die Gemeinderäte. Für die Gemeinderäte, 4 zu 3. Da und da möchte er noch einmal die Aufmerksamkeit im Beifall. Ihm ist nicht so wichtig der Sieg, aber der Applaus, der Zuschauer, das tut gut. Das tut gut für die Seele. Gustl, ja, gib mal Autogramm. Ja. Jesus. Ihm ist esyvende Alex Pekke. Gustl, ich bin, Wolfgang. Hart. Geltalig, dass die Frau gestern war. No, we kennen, wir sind alle. No, we kennen. No, we kennen, wir sind alle. Wir kennen. Wir kennen, wir wollen uns. Wir kennen, wir wollen uns. Sie sind nicht einfach. Sie sind nicht einfach. Ich dachte, Sie sind nicht einfach. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Amor! Wir würden noch heute beim Krieg wach einer Gemeinderäte gegen Piccolo-Sketcher! Ciao! Danke! Schuppa! Schuppa! Alle Zähne! Gehalten von Bürgermeister! Feier! Ja! Ein Ausheber! Babi Schlamm! Er liegt! Eins, zwei, drei! Schulter Fettkopf! Nur Fliegen ist schöner! Weißt du, Herr Meister Peier? Guten Morgen! Gehen! 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 Schmechan! Schmechan! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, hey, in the five Peace, peace, bro New champion, tonight, new champion, guaranteed Take championship back to the United States, promise And I never break the promise How do you Ciao And look at the rock'n'roll Hey Razor Do you know something, today we come here to Gras for one reason, one reason only We see a match between Franz Schumann from Austria And Barry Horowitz from St. Petersburg, Florida, United States of America We hope it's a good match Barry's a nice guy And now we're here for one reason, we're here for the soccer match Now, film the soccer match Go, stay, come on, go, 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 yeah, go by yourself Go, 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 go Eiswein, 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 unentschieden, 4 zu 4, herrlicher Torschuss, super, Mr. Fett Finley. Ja, Braid, and his little son, sein kleiner Sohn, er schaut zu. Abgenommen, ausgespielt, ganz klar ausgespielt. I'm wide open, they just won't hit me. I could have been scoring all day. Denk an die steirischen Farben. Fett Finley, Mr. Fett Finley, er bietet sich an für eine schöne Flanke. Er will Lord Casey die Chance geben. Lord Casey geht rein zu Winley und abgebildet. Wakes, Virgo. Auf hier lässt der Ringrichter viel durchgehen. Michi, das war schwer. Das war wirklich schwer. Das war können. Und dieser... In the middle again. Er gibt zu Michi, Michi wagt. Noch mal zu Lord Casey. Wo bleibt die Flanke, boys? Uri, Uri, der noch nie ein Fall gerührt hat. American Football. Hier ist, war ganz super. Schöner, wicker Einsatz. Und Raid, die vierte Tante. Die vierte Tante ebenfalls vergeben. Wenn das plsåbar ist. Da, wenn das Shawify ist, liegt die Flanke los. Ja, ja. Wenn die Flanke los wird, ist die Flanke los. 느�, aber man tut nichts mehr. Reg kg geduld, h Daniit nh due over there. Terrass 30,puts mIt Wo ist die gelbe Karte? Vorsicht! Die rote Karte gibt es uns. Die rote Karte, wo ist die rote Karte? Es ist die Station, Platzverweis. Verschiehen! Verschiehen! Ambulanz, Ambulanz, was ist los? Wo ist der Sanitäter? Wo ist die Sauerstoffflasche? Sauerstoff für den Schiri! Keterschießen! 4 zu 4 steht es immer noch. 4 zu 4, unentschieden bis jetzt. Efter schießen, aha! So! Das Foul, ein Efter! Ja! Ja, super! Das ist die Beifall! Beifall von den Zuschauern! Beifall von dem Ecke! Fünf, na! Ja! Sometimes it happens! What can I do, huh? Immer noch fünf zu vier für die Wrestler! Immer noch fünf zu vier für die Wrestler! Denn das erste Tor, das haben sie uns, glaube ich, geschenkt! Start 1994! Ja, und vielleicht noch ein paar Dankesworte und Abschlussworte hier des Sprechers! Das ist ja so! Das ist ja so! Wir müssen dann noch an den ganzen Tag sein! Das ist ja so! Das ist ja so! Das ist ja so! Das ist ja so! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018